Hallihallo und herzlich willkommen zu diesem Ankündigungsartikel für die Baureihe 101 und dem Intercity-Steuerwagen. Jetzt endlich offiziell angekündigt mit einem Veröffentlichungsdatum, nämlich am 8. August 2024. Das heißt also in ziemlich genau einer Woche, beziehungsweise in acht Tagen. Am Donnerstag nächste Woche ist es dann soweit. Und wir gucken uns mal zusammen den Artikel an. Hier schon mal das KeyArt. Wir sehen hier den Steuerwagen. Das sieht für mich stark nach Salzburg-Rosenheim aus. Mit dem Intercity-Steuerwagen da rechts sehen wir auch schon auf der rechten Seite des Bildes eine 101 in der Intercity-Lackierung, in diesem ICE-Design. Und das hier ist ein Screenshot aus dem Führerstand der 101. Sieht für mich danach aus. Und wir gucken uns zusammen mal den Artikel an zur Lokomotive, die mitgeliefert wird. Die Baureihe 101. Die kennen wir ja bereits schon aus dem 101 DLC. Damals für Hauptstrecke Reihen Ruhe. Und ja, das DLC existiert übrigens trotzdem. Es ist nicht so, als würde das dann aus dem Verkauf genommen werden. Das heißt also, wenn ihr kein Interesse hieran habt, an der Expert 101, dann könnt ihr auch weiterhin ganz normal die normale 101 kaufen, falls ihr die haben wollt. Dafür braucht ihr halt nur eben Hauptstrecke Reihen Ruhe. Genau, das Ganze richtet sich nicht an die Allgemeinheit aller SpielerInnen von TSW, sondern halt wirklich die, die da ein Interesse haben an einer größeren Simulationstiefe. Dementsprechend ist das auch vermutlich gar nicht erst von der Klientel her so gedacht, dass das wirklich etwas ist für alle, sondern nur für die, die sich halt besonders für die starke Simulationstiefe und sehr realistisches Fahren interessieren. Wir sehen hier einen Screenshot aus dem Führerstand der 101-070-1, Führerraum 1. Ja, sieht soweit alles bekannt aus. Das kennen wir ja. Der Führerstand der 101 hat sich in diesem Fall nicht stark verändert. Was sich allerdings verändert hat, ist einerseits hier das GSMR auf der linken Seite, das bedienbar ist. Siehe ICE 1 Enhancement Pack, das ich gezeigt habe. Das funktioniert sehr ähnlich wie das hier. Und wir haben hier dieses maschinentechnische Display, das auch bedienbar ist mit Störungssimulationen und allem drum und dran. Also da kann man sich sehr viel mit beschäftigen. Das TSG-Team hat da sich zusammengerauft und hat tatsächlich mehrere Varianten der 101 gemacht. Und zwar einmal sowohl die MFD-Variante als auch die MFA-Variante. Das hier ist MFA, das sind diese analogen Anzeigen und MFD, das sind die 101er, die Displays haben. Hier vorne, also das modulare Führerstands-Display. Das sind relativ wenige 101er, glaube ich, in Realität, die das tatsächlich haben. Die meisten haben halt eben MFAs, also diese analogen Anzeigen hier. Aber die MFD-Variante, die ja existiert, die wird tatsächlich auch mitgeliefert. Zusätzlich gibt es eine Störungssimulation, eine sehr, sehr ausführliche Stimmungssimulation. Und man muss diese Störung erstmal beseitigen, um dann vielleicht auch weiterfahren zu können. Das heißt also, Verspätungen sind durchaus möglich. Realistische Türöffnungsoperationen mit TB0 und SSTF. PZB und LZB, da muss man tatsächlich die Zugdaten mit eingeben. Also sowas wie so Zuglänge, Gewicht, Bremshundertstel und so weiter und so fort. GSM-R-Simulation. Das kennen wir, wie gesagt, aus dem ICE 1 Enhancement-Pack. Das funktioniert vermutlich sehr ähnlich. Und es gibt tatsächlich jetzt einen Maschinenraum für die 101, der vorher eben nicht existiert hat. Vorher gab es keinen Maschinenraum und jetzt wurde das praktisch noch mit reingebaut. Und jeder einzelne dieser Schalter, den ihr hier seht, jeder einzelne ist bedienbar, vermutlich. Und da geht es dann eben darum, dass man auch entsprechende Fehler, die dann irgendwie passieren, dass man die auch findet, ausmerzt, entsprechend vielleicht irgendwas neu startet. Aber das gucken wir uns dann alles im Detail natürlich an. Es gibt Szenarios und Tutorials und die werden einen so ein bisschen da durchführen, wie man entsprechende Fehler bzw. Störungen, müsste man eigentlich sagen, nicht Fehler, wie man entsprechende Störungen findet, was man tun muss, um diese Störung zu beseitigen, um dann wieder weiterfahren zu können. Es wird übrigens ein Manual mitgeliefert. Steht auch hier, aktuell hat es, glaube ich, 80 Seiten. Und die EntwicklerInnen haben schon gesagt, dass das Manual vermutlich bei Release auch über 100 Seiten haben wird. Das heißt also, bevor irgendjemand von euch losfährt, das ist halt leider hier dann so, gilt es erst mal, das Manual zu lesen. Weil sonst wird das nicht funktionieren. Man kann schlecht Hable on the table und go. Sondern man sollte schon definitiv das Manual mindestens einmal überflogen haben, um irgendwie da mal durchfahren zu können. Es wird allerdings auch die Möglichkeit geben, tatsächlich im einfachen Modus zu fahren. Also in diesem ganz normalen Modus, den wir kennen, mit Fahrtrichtungswender rein, Bremsen lösen und los. Das ist aber nicht Herzstück der 101, beziehungsweise dieses DLC, sondern es geht ja darum explizit, dass man hier wirklich alles eingibt mit Brems, 100. Zuglänge und allem Möglichen. Also das Ganze hier vollends bedienbar. Das ist so ein bisschen eigentlich wie, falls ihr schon mal K-Trains Vectron für den Train Simulator euch schon mal angeguckt habt in dem Video, dass das auch, also da kann man sich erst mal eine halbe Stunde mit Aufrüsten beschäftigen, bevor man losfährt. Und das wird hier nicht anders sein tatsächlich. Lukas Klimtschick hat dazu noch Folgendes gesagt, dass zum Thema PZB-LZB-Eingabe muss man die Höchstgeschwindigkeit eingeben, die Bremsdaten entsprechend, um die PZB-LZB zu simulieren. Und hier steht dann so ein bisschen, wie das Ganze ausgerechnet wird. Das ZDE-Panel wird dann den PZB-Modus voreinstellen entsprechend dieser Werte und daher gibt es auch gar keinen Schalter, wo man den PZB-Modus umstellen kann. So wie in Realität gibt es ja auch nicht einfach so den Schalter, dass man den PZB-Modus anhand eines Schalters von unterster nach mittlerer nach oberer Zugart umstellt, sondern das Ganze funktioniert ja eben durch diese ZDE-Eingabe. Das Ganze werden wir uns, wie gesagt, alles zusammen angucken, die ganze Komplexität dieser Lok versuchen wir zusammen irgendwie runterzubrechen, sodass wir fahren können. Ich bin ja auch kein Lokführer. Das heißt also, wenn ich es schaffe, dieses Fahrzeug zum Fahren zu bringen, dann werdet ihr das auch schaffen. Die Frage ist, werde ich das Fahrzeug zum Fahren bringen? Wir werden es gemeinsam herausfinden. Übrigens, Release ist ja am 8. August. Ihr könnt euch schon mal darauf einstellen, dass es am 7. August vermutlich einen Livestream gibt am Abend. Wo ich euch bereits schon mal, ja, wo wir zusammen mit der 101 schon mal fahren werden. Es gibt neue Sounds für die 101 mit komplett neuen Sound-Recordings und die alten Sounds wurden auch noch mal neu aufgepäppelt. Und neue Fahrphysik, die wurde auch noch mal komplett angepasst. Zwei Lackierungen in Verkehrsrot, sehen wir hier, die übliche Variante. Und in dieser Intercity-Lackierung, beziehungsweise eigentlich ist das ja eine ICE-Lackierung, wenn man es genau nimmt. Die Intercity-Wagen sind ja in ICE-Lackierung unterwegs und die 101 dann auch in der entsprechenden ICE-Lackierung. Genau, es gibt aber eben für diejenigen Spieler und Spielerinnen unter euch, die eher so, ja, so wie immer einfach nur so ein bisschen fahren wollen, gibt es halt eben auch diesen Modus, den man umstellen kann, so dass man wirklich einfach nur Fahrtrichtungswände rein und losfahren. Das funktioniert also auch. Genau, und für diejenigen, die sich auch nur für den Steuerwagen interessieren, auch da geht das natürlich. Und ja, genau, den gucken wir uns natürlich an. Das ist meines Erachtens das größte Herzstück überhaupt, der Intercity-Steuerwagen endlich da von vielen, vielen, vielen Leuten lange gewünscht. Und jetzt kommt er endlich und es sieht wirklich wunderschön aus. Und ich finde, das 3D-Modell ist unfassbar gut getroffen, oder? Also da kann man, wenn es jetzt nicht um das Grafische gehen würde, da kann man eigentlich keinen Unterschied zur Realität sehen, meines Erachtens. Das Modell unfassbar gut getroffen. Also da muss man wirklich, wenn ich jetzt zum Beispiel an, was ist das? Ich glaube, 3D-Zugs oder VRs, Intercity-Steuerwagen, die neue Version, wenn man das dann mal vergleicht, also das entfällt ein Unterschied. Denn dieses Modell sieht wirklich perfekt aus. Da kann man absolut nichts daran aussetzen, meines Erachtens. Hier wird so ein bisschen was erzählt zur Geschichte von Steuerwagen. Das können wir dann, ja, ignorieren. Das ist auch nicht so interessant. Und hier sehen wir mal einen Screenshot aus dem Steuerwagen heraus auf, ich glaube, das ist Salzburg-Rosenheim. Ja, sieht für mich ein bisschen aus nach Salzburg-Rosenheim. Genau, mit dem Steuerwagen ähnlich von der Fahrweise her, relativ ähnlich wie die Baurei 111 übrigens. Also alles machbar. Und genau, hier steht dann noch mal, dass wir natürlich weniger Sound in Anführungszeichen haben von Fahrmotoren oder so. Das hören wir dann natürlich alles nicht mehr, aber dafür hören wir halt die spezifischen Sounds im Steuerwagen. Da wird es ziemlich viel vermutlich zischen und so, wenn man die Bremsen anzieht. Da bin ich schon ganz gespannt drauf. Und hier steht auch noch mal ähnliche Fahrweise wie die Baurei 111 mit dem Entsprechenden, dem Ablaufenlassen der Leistung, dem Aufschalten von Leistung und der manuellen Kontrollmöglichkeit. Also das kriegen wir alles hin zum Thema Timetable, Fahrplan, Substitution und Szenarios. Es wird einen kopierten Fahrplan für Dresden Rieser geben, wo man die 101 Expert fahren kann. Und es wird einen Layer geben für Salzburg-Grosenheim mit drei Szenarios für Salzburg-Grosenheim, die da mitgeliefert werden. Der kopierte Fahrplan bedeutet, dass nicht euer Fortschritt im Fahrplan verloren gegangen ist. Also es ist nicht so, als müsstet ihr dann alles wieder von vorne beginnen, sondern wenn ich das jetzt richtig verstanden habe und ich hoffe, das ist auch wirklich so, dann ist es so, dass der Fahrplan die Achievements, die man bisher geschafft hat, die Services, die man beendet hat, dass das auch mit rüber kopiert wird. Und das Einzige, was halt wirklich nur unterschiedlich ist zwischen diesen beiden Fahrplänen, ist, dass bei dem einen der Steuerwagen und die Expert 101 anwählbar sind und bei dem anderen halt eben natürlich nicht, weil das der bisherige Fahrplan ist. Das heißt also, man spürt ja in diesem Sinne keinen Unterschied, hat dann einfach nur zwei Fahrpläne zur Auswahl, die aber eigentlich identisch sind und sich gegenseitig aktualisieren. Also das ist dann eigentlich gar kein Problem. Natürlich gibt es dann auch die Möglichkeit mit dem Free-Roll-Modus und so, das ist alles möglich. Einziger kleiner Wermutstropfen für einige, ich habe schon so ein bisschen gelesen, der Preis, 35,99 Euro, ist ein satter Preis und ich will jetzt nicht zu lange in Preisdiskussionen verfallen. Ich kann jeden und jede verstehen, der oder die sagt, 35,99 Euro ist mir persönlich zu viel für ein Log-DLC. Aber man muss auch sagen, es ist halt eben auf dem Experten-Niveau. Es ist wirklich, eigentlich macht es keinen Unterschied, im Grunde genommen, ob man eine echte 101 fährt oder die hier in der Simulation, weil an der Expert 101 haben auch oder hat mindestens eine Person mitgearbeitet, die auch tatsächlich in Realität Log-Führerin ist und auch die 101 fahren darf und kann. Und entsprechend können wir uns auf ein extrem hohes Simulationsniveau hier freuen. Das wird es geben. Und ich finde, also ich habe ja so ein paar Insights, so leichte Insights habe ich ja im Bereich Development von TSW. Und ich habe so ein bisschen mitbekommen, wie viel Arbeit und wie viel Herzblut und Leidenschaft da drin steckt in diesem DLC. Daher habe ich sogar tatsächlich, ich muss ehrlich zugeben, ich habe einen höheren Preis erwartet erstmal. Ich dachte tatsächlich, dass eine 4 sogar noch davorstehen wird. Und ich war vergleichsweise, vergleichsweise, fast schon erfreut darüber, dass es jetzt in Anführungszeichen nur 36 Euro sind. Ich hätte mehr erwartet dafür, weil es ist mindestens genauso viel Arbeit in dieses DLC hineingeflossen, wie auch in vielleicht andere Strecken-DLCs oder so. Und man muss halt eben auch dazu sagen, die 101, die existiert zwar schon, aber der Maschinenraum ist komplett neu und alles an sich an der 101 ist neu, außer eben das 3D-Modell von außen. Der Intercity-Steuerwagen ist komplett neu mit dazugekommen, das Ganze auf einem Experten-Simulationslevel. Also das ist schon nicht ohne. Und ich kann daher verstehen, wenn die EntwicklerInnen halt eben sagen, wir wollen 36 Euro dafür haben, weil das war halt verdammt viel Arbeit, dann ist das halt so. Und ich finde halt Preisdiskussionen sind sowieso erstmal ein bisschen komisch, weil ich gehe ja auch nicht unbedingt in den Supermarkt und diskutiere dann an der Kasse, hey, das ist mir da zu teuer, das zahle ich nicht, ich möchte dafür weniger zahlen, macht ja auch keiner. Und auch sonst ist ja überall alles teurer geworden. Ich will gar nicht so sehr auf die politischen und die wirtschaftlichen Implikationen von Inflation und sowas eingehen, aber dass alles teurer geworden ist, das spürt ihr alle. Und das spüre auch ich. Und das spüren auch natürlich die EntwicklerInnen von TSV. Das heißt also, es ist klar, dass das Ganze irgendwie ein bisschen teurer geworden ist. Das wird nicht der Standardpreis für zukünftige DLCs sein. Das ist halt wirklich eine Expert 101. Und das richtet sich auch nicht an alle Leute, an die ganze Spielerschaft von Transom World, sondern halt eben nur an die, die sich erstens eben besonders für den deutschen Bereich interessieren und zweitens sich halt eben auch für diese Simulationstiefe entsprechend auch interessieren. Das heißt also, ich kann nachvollziehen, warum der Preis so hoch angesetzt ist. Ich kann aber auch jeden von euch nachvollziehen, der halt sagt, so das ist mir halt zu teuer. Und das finde ich halt, ist auch in Ordnung. Und ich würde sowieso generell sagen, heute Abend ist ein Preview, wartet auf die Previews ab. Ich werde natürlich auch vor Release eine Preview geben. Bevor ihr da irgendwas vorbestellt, wartet einfach erst mal ab, wie euch das Ganze tatsächlich dann ingame gefällt. Vielleicht wartet ihr sogar auf den Release ab. Es wird nämlich, glaube ich, keinen Vorbestellerrabatt geben. Von daher macht es keinen Unterschied, ob ihr das vor Release kauft oder erst danach. Wartet ab, guckt euch das Ganze in Ruhe an. Vielleicht ist es ja doch noch was für euch. Vielleicht wird das Ganze auch irgendwann im Sale auch ein paar Euro günstiger werden. Ich hätte mir gewünscht, dass für diejenigen, die vielleicht die bisherige 101 besitzen, dass es vielleicht so einen kleinen Loyalitätsrabatt gibt. Den gibt es leider nicht. Aber man muss auch eben sagen, das TSG-Team ist halt nicht DTG. Das TSG-Team ist deutlich kleiner. Die haben halt nicht die gleiche wirtschaftliche Kraft wie DTG. Das ist halt komplett nochmal was anderes. Also man kann da, finde ich, nicht mit dem gleichen Maßstab rangehen wie an einen DLC von DTG. Ich würde da tatsächlich diesen kontextbezogenen Unterschied machen. So viel vielleicht so als kleine Einschätzung von mir bezüglich des Preises, bezüglich dieses recht hoch angesetzten Preises, der halt eben hoch ist. Aber ich kann es verstehen, wieso der so hoch ist. Ich kann aber auch, wie gesagt, jeden verstehen, der halt eben sagt, ich warte da vielleicht erst mal. Oder das ist halt nichts für mich. Das ist auch vollkommen legitim. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf eure Meinung zu 101 und zum Expert DLC. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf den Stream. Und wie gesagt, ich möchte es nochmal sagen, Release ist am 8. August. Am 7. August wird es einen Livestream von mir geben. Das könnt ihr euch schon mal in eure Kalender vormerken, wenn ihr wollt. Und wenn ich es schaffe, ist vielleicht sogar eine Entwicklerin oder ein Entwickler aus dem TSG-Team bei mir im Stream mit dabei. Das kann ich jetzt noch nicht ganz versprechen, ob das wirklich passieren wird. Aber ich hoffe, das funktioniert. Ich lasse es euch aber frühzeitig wissen. Keine Sorge. Ich bin, wie gesagt, gespannt auf eure Kommentare. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und alles Liebe. Macht's gut. Tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss und auf Wiedersehen.